So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Naraka Blade Point. Wir sind in ein neues Match gegangen. Das Team sieht gut aus. Bin mal gespannt. Ob hier Gegner sind? Da ist schon mal direkt Rüstung. Zwei Mal sogar. Sehr gut. Guter Spawn. Blinder Langschwert. Wie kann man das denn hier im Menü öffnen? Ah. Das geht. Was? Nehmen wir mal. Ist da was hinter mir? Gut, der teammate hat Probleme. Er kann aber auch einfach wegrennen, oder? Das reicht erstmal. Ne, hier ist gar nichts. Bogen? Das ist halt nicht der Geile. Aber die Armbus, muss ich sagen, ist echt OP, Leute. Finde ich. Damit kann man noch voll das Aimen üben. Die ist halt allgemein besser. Da wird man auch als Spieler immer besser, wenn man die spielt. Plus, die hat halt allgemein richtig guten Damage. Schwer ist sie natürlich zu spielen. Aber ja, wie gesagt, man kriegt damit echt viel Übung. Oh, der ist schon tot. Tana. Warum bist du schon tot, Junge? Er kann sich wieder beleben. Hat er gemacht. Was haben wir hier? Das hat er geblockt, hä? Team, lol. Warum ist der so schnell? Das darf nicht sein. Warum war der so schnell? Und so weiter. Ich glaube, die Flinte wäre geil, ey. Leute, ich habe das Gefühl, das ist ein richtiger Pro. Die Waffe ist so kacke, Mann. Ohne Witz, die Waffe ist so schlecht. Die hat so eine Range, ne lol, nice. Her damit. Oh, wir dürfen nicht sterben. Wir reparieren mal kurz das Teil. Oh, no. Guter Hit meinerseits. Oh, okay, nice. Nice and strong. Er ist gestorben. Let the boost flow! Das ist so ein Arschloch, ne, der Charakter. Tut mir leid. Oh, I'm a great shot. Ja, der ist echt arrogant. Schade, dass er so stark ist. Wir müssen es leider verkraften. Oh. Das hat er genommen. Nicht schlimm. Oh. Oh. Reparieren. Schlechter Zeitpunkt, by the way. That looks good. So, was haben wir denn hier? Schade. Schade. Beide. Warm, Junge. Triple Kill. Mhm. Oh, ne blaue Repetiere. Das ist übelste Damage Upgrade. Und zwar unnormal. Jetzt brauchen wir nur noch diese Rüstungsdinge. Sorry, die Reparatur-Dinge. Lol, was haben wir da aufgehoben? Waffenkoffer. Bitte. So. War ganz schön chaotisch. Wir werden, wir werden sogar rausgeflogen, hätte ich jetzt gesagt. Ist aber nochmal gut gelaufen. Es leben noch 35, heißt fast die Hälfte ist schon raus. Oh, komm schon, Junge. So arrogant und dann kannst du sowas nicht. Also 25 sind schon raus. Young Tour aktualisiert in 90 Sekunden. Ah, dieser Ort. Wir kennen ihn. Aus Folge 1. So, hier können wir zwei davon kaufen. By the way, mit dem Ding, nur dass ihr es auch wisst, mit dem Bastelhammer könnten wir auch eine Ambus herstellen. Das kann nämlich jede Waffenform annehmen. Ist also echt OP. Natürlich brauchen wir das jetzt nicht. Wir haben ja schon eine blaue. Ich muss immer unter mein Mikro gucken, wenn ich was loote. Das nervt wissen. Schade, ey. Das nervt sogar übel. Ich kann das Problem jetzt auch nicht lösen. Am besten, wir looten nix mehr. Wo sind denn die Gegner? Oh, was ist das? Rosa-Schlüssel. Ja, ich werde das brauchen. Wo ist der Standort, Leute? Okay. Hier oder was? Aber das ist zu spät. Jetzt kommt nämlich die Zone auf uns zu. Das Team muss auf jeden Fall zusammen stoßen. Das Team kann ich eigentlich wieder wegwerfen, denke ich. Oh, da ist jemand. Oh, da ist jemand. Oh, Team. Team, Team, Team. Kommt wir uns hinterher? Cool. Alter. Wir sind halt voll auf Damage geskillt, ne? 14% Angriff, das macht's wirklich aus, Leute. Ich meine, wir schießen ihn 10 Sekunden an, treffen ihn aber nur 2 Sekunden lang. Und da bei 2 Sekunden nochmal 14% extra Boost zu haben, das macht's aus. Ich meine, die Fernkampfwaffen, die machen ja viel Schaden. Problem ist nur, man trifft irgendwie nur jeden dritten Schuss. Deswegen ist es dann wiederum ausgeglichen. Cool. Den Helden müsste ich eigentlich auch mal spielen. Damit kann man immer schön das Team zusammenhalten. Da braucht man aber auf jeden Fall ein kühles Köpfchen für. Oh, was ist das? Heilende Bolzen? Jawohl. Das ist meine. Ganz klar. Äh. Ja. Vital ist, was wir brauchen. Ne, Rüstung. Gut als neu. Ja, ich hab wieder sehr viel Zeit mit Looten verschwendet. Das ist wirklich nicht das erste Mal. Tut mir leid, Leute. Der Loot ist es auch eigentlich gar nicht wert. Das sind immer nur so kleine 5% Upgrades. Wenn überhaupt. Man braucht wirklich nur seine Waffe. Und wenn man den Gegner killt, kann man seine Items looten und kann sich damit heilen. Man kriegt ja auch sogar diesen Gegenstand, dass man sich sofort heilen kann. Also es ist echt dumm, die ganze Zeit zu looten. Ich mach das leider immer. Tut mir leid. Hier. Schau hier. Das Ding ist mega kacke, ey. Das brauchst du gar nicht markieren. Da ist wieder ein Loot, ey. Junge. Überall ein Loot. Haha. Na ja, wir können ja da mal Ausschau halten. Danach. Was will ich versuchen? Ich gebe dir ein paar. Achso, und das Geschütz. Junge. Oh, was ist das? Blinden. Oh. Plus 6% Damage. Das hat einer nicht mitgenommen gehabt. Äh. Pistolen. Okay, Junge. Ballerum. Was ist das? Oh. 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 Das darf nicht sein. Mann, die wär fast tot. Schade. Wir haben uns leider von dem Kerl da. Kletten lassen. Oh Mann, ey. Das war mein Fehler. Schafft er das? Wenn er das schafft, sind wir wieder drin, denke ich. Sieht gut. Ja, sieht sehr gut aus. Junge, Ellen. Nice. Nice, Ellen. It's okay. If you die, I'll be able to revive you. I can get a ticket. I'm sorry. Thank you. I won't make the same mistake twice. Kann ich mithelfen? Safe. Nice, man. Der hat's gecarried. Das Leben noch 19. I won't make the same mistake twice. Das war Klatsch, ey. 8000, lauter. Das muss ich mal kurz. No, I think it's... I reduced everything. Keine Ahnung, was der gerade labert, by the way. So. Oh, 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 oh. Ich bin so lootgeil. Das tut mir so leid. Okay, dann lad halt nicht nach. So, weiterschießen. Das ist doch voll die Verarsche gerade. Okay, gerade treffe ich nix. Sorry. Gut, das sind er mir nicht, zwar. Zehn noch am Leben. Okay, er sagt, wir sollten hier auch raus. Kann das auch gebrauchen. Oh, 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 oh. Er haut halt schön gegen die Luft. Ich hab echt nicht auf meine Rüstung geachtet. Und jetzt geht es. Bro, ich hab echt grauen. Bis zum nächsten Mal.